Herzlich willkommen zur Unterrichtseinheit 15 des Programmierkurs JAWA. Wir haben uns ja schon im Umfeld des Hamstermodells damit beschäftigt, was Prozeduren und BULSCHE Funktionen sind. Und in dieser Unterrichtseinheit werden wir diese Konzepte auf JAWA übertragen. Wir werden sie für Allgemeinheit auf der Grundlage des Typbegriffs und wir werden sie erweitern um sogenannte Parameter.